so kann man hier unten jetzt hat er jetzt hat sie blut gelegt die zwei abende war schon krass ich sag nur ich habe mich nicht mehr eingekriegt verlachen aber der Müller war ja Opa wärs ne da hat er alles alleine geschaut der Müller ist auch der Spieler die spielen das halt durchgehend würde ich sagen Kevin zurück das ist wie weit du geflogen hast schweiz und wieder nein doch ich bin doof was machst du ich wollte ganz cool sein wie der wie der dings ja der sache oben raus ich habe die übersicht verloren bei letzter hoffnung dann hast du aber nicht viel hoffnung dass wir dich ich hab gerade rückspiegel gut ob er sich die straße ist zu ende wie gesagt es ist eigentlich das ist eigentlich ein sehr sehr geiler modus wenn du hier aber wirklich braucht sechs acht leute oder so dann ist das echt ja zu schießen wenn wir gelacht haben die zwei abend ja noch ein neues aber der flug von marcus war auch gerne mit tätigkeit weil du schließt doch am start du kannst doch nichts machen dann dann da hat ich habe fast du hast du schon habe ich aber das war jetzt spät morgens hilfe bei der druck gefahren ist ich hätte das rück gefahren ich hätte das wenn eigentlich nur anschieben müssen der weg gewesen glaube ich oder kevin war bei einer ausgewesen genau du bist voll es endlich reingelenkt da ist mir aufgefallen bei der frau ist das hinterteil abgefallen aber du hast aber du hast du mal nicht rein du weißt du mal nicht wo du hin willst ein regio ich habe damit gerechnet dass da sowas kommt hat in der kurze runde nein ich bin der erste der ausgeflogen ist ich bin ich rechtzeitig wieder reingekommen so muss es sein das hat man jetzt wohl gehört das nehmen wir mit rein ich kenne sowieso keine wir haben alle gelacht haben alles gehört hier wieder den clip auf youtube vergiss ich habe das gerochen was du vorhattest ja nein xD ach leck mich doch nein lässt du mich für den spaßiger alleine nur ganz knapp draußen ja ich das ja ich Das war's für heute. aber eigentlich passt doch die paar und hier gerade bei euch beiden ordentliches rammeln zwischen kev und sven was habe ich nicht nur die motorhaube offen war geil und war die marke rein na klar Langsam nähert es sich an, gerührt sein Weibchen. Hier sehen Sie das Männchen, wie ist das Weibchen begattet. Ich dachte, das ist noch der Tanz vorher. Oh, das war knapp, Alter, Sven. Ich will jetzt auch schon kurz gedacht. Nein! Du hast mich damit rausgenommen. Oh, scheiße, ich habe die Kurve nicht mehr gekriegt. Ich habe ja trotzdem gewonnen. Nee, doch nicht, beide. Tatsächlich wieder. Du blöde. Wir haben gewonnen, nur weil du rausbiegst, ist so. Also Kevin. Äh, Kev, äh, Markus. Ja. Ein Ruell hat geschrieben, was treibst du denn? Wer, was, wie? Ruell 27 TV. Auf Twitch. Kommentiert. Was treibst du denn? Anni, Rosi. Ach, Rosi. Ach, Rosi. Ey, Rosi. Ja, ich bin jetzt ja. Das Röschen. Das Schalker Röschen Döschen. Den kennen wir aus der Formel 1 Liga. Das hat nichts, gell? Hm, mit Essen ist der. Wenn ich dich mit Süßigkeiten abwerfe, ist alles gut. Lachemotiv. Gleich. Oh, Alter. Wie? Ui. Wie? 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 schützt ich dachte ich könnte ich noch ein bisschen weiter schieben richtung ab und noch ein stück warten müssen aber die drehung war gerne noch dazu wird aber wie langsam der rumgerollt kämpft spielt gegen seinen eigenen teamkollegen ich komme alles wenn man so steht ich bin raus leider bin ich raus färbel schnitz, schnitz den Rekord, voll lieber uns drüber, voll lieber uns drüber. Nein, schade. Alter. Halten auf, ich ford. Ja, genau. Nein, ach. Guck mal, Markus. Ich kam nicht mehr zum Punkt zurück. 2-2, meine Damen und Herren, 2-2. 2-2. 2-3. 3-4. 3-5. 4-5. 4-5. 6. 7. 9. 11. 1. 9. 10. 11. 11. naja ja wir wissen doch dass du manchmal ein bisschen abgehoben ist das kenne ich doch schon aus unseren anderen sumo runden oder die die man sich nicht mehr von wach Perfekt, danke. Ich werde mir nie runtergekommen. Das ist nicht wahr. Ja, es hat geklappt. Ich war eigentlich drin in dem Punkt. Das ist gar nicht so doof, ich beschäftige dich die ganze Zeit und versuche die ganze Zeit zu kosten. Aber eigentlich war ich ein Punkt drin, aber egal. Halfpipe, Halfpipe. Ich hätte voll durchgezogen in Rico, wenn jetzt Sven nicht dahinter gewesen wäre. Du wirst so weggeflogen, du wirst so weggeflogen. Ich bin jetzt einmal einer. Ich denke, dass ich komme. Ich habe den fancy gehört. Ich habe nur ein Witz, aber ich habe noch versucht, dass ich es mitgeflogen habe. Ich habe das so weggeflogen. Ich habe da PERFekt. Ich habe da oben durchgezogen. Ich habe es in den nächsten Video. Hey Markus, stehst du auch immer direkt dahinter, man will die Leute rausrennen, wenn du stehst Oh, ich geh mal ganz kurz aufs Klo Alter, da hat der Hirsch gerührt Da war das Schaf, ja nichts dagegen, alter Meine Fresse Alter, du bist voll in der Aufnahme Die Schüsse, die Schüsse noch ganz Der Elch lebt Was? Tschüss, tschüss Ist Sven wieder da? Naja Lebt die Schüssel noch? Lebt die Schüssel noch, ist nur alles ganz Das hat man gerade in Strahl vom Feind Davon wurde Kevin nur ein Lied singen wollen Alter Hast du durchfallen oder was? Hast du nicht gerade geschissen? Ich nicht Das war aber die Schüsseln Alter, irgendwo hat man gerade im Hintergrund einen Megaforz gehört und das war nicht ich diesmal Alter, das hat die einen gehört Der ist früher noch Markus bleibt stehen Ich stehe immer kerzengerade Falls du verstehst, was ich meine Na dann, auf geht's Ja, schon diese vier Runden Woah Tschüss Kev Naja, das kommt mir doch noch wieder da Äh, die Unkraut, der vergeht nicht Ja, so ist auch unsere Gruppe aufgebaut Oh sorry Sven Oh Ich bin's gewohnt von dir gebummst zu werden Halt, 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 halt Lass das doch, lass das doch Kev nicht immer so wissen Oh alter Ne, noch jung Nein Ich bin bei der Spannhaus gewesen Wo kenne ich mich aus? Hä? Hä? Leck mich Leck mich Leck mich Oh man Tschüss Wow Da wollte ich das Ding Der King of Sumo Swing verwandeln und wieder noch rausschieben mit und ich habe ich habe in richtung von der plattform geschubst dann kam kepp von hinten wollte mich runter schluss damit ausgewicht nach ich bin in der seite gegen dich gefahren und bin danach links weggerutscht und dann war es vorbei ja mann das ist so nötig gerade gewesen das ding hier ist sehr schön die zweite runde naja die erste runde warum auch immer ich war jetzt wenn gelandet ja du bist im moment halt halt hätten wir die anderen kläden das ist immer noch abgeschlagen letzter okay